Den Stopp-Trick kannst du ganz einfach mit der eingebauten Kamera-App erzeugen und zwar wählst du hier die Videokamera, startest die Aufnahme und jetzt komme ich mit dem Zauberstab in die Nähe und sage den Zauberspruch. Anschliessend tippe ich auf Pause und wechsle den Stift aus. Acra Kadabra. Jetzt ist die Aufnahme angehalten. Ich wechsle den Stift aus, gehe wieder an dieselbe Stille mit dem Zauberstab und fahre weiter. Und jetzt halte ich die Aufnahme an und schon ist unser Stopp-Trick fertig. Schauen wir uns die Aufnahme an. Acra Kadabra. Ja, du siehst, der Stopp-Trick ist kinderleicht. Allenfalls muss man die Aufnahme nur noch kürzen oder mit einem Sound-Effekt unterlegen, um die Zauberei noch etwas hervorzuheben. Und hierfür eignet sich der eingebaute Video-Editor ja bestens.